Ich bin da irgendwo wo... Irgendwer... Hul... Da sind Äpfel da, da hat ein Hulz gefarmt. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Projekt Pugna. Hallo! Und heute werden wir nach oben graben. Z.B. fast oben und dann geht einer Bäume fädeln und einer sucht noch Zuckerraum für Bücher. Und dann geht's ab in die Hölle. Jaaa! Schlemmen in 3, 2, 1, jetzt! Ja, nice! Und auch immer, ich grabe schnell aus hier. Ich werde jetzt mit meinen Spieltag, es sind nur Sekunden drin. Ja, das ist ein leckeres Sonnenfleisch. Guck, ich kann ja selber graben. Ich hab' immer noch nicht mehr geholfen. Ich hab' immer noch nicht mehr geholfen. Bats! Gib mir mal. Ich hab' schon wieder full zu full Eten. Ja, ich hab' schon wieder viel zu viel Eten. Ach so, nein. Hä? Ich hab' immer das Ding hier. Ich hab' auch wieder Couples drauf. Ich hab' auch schon wieder Couples drauf. Ach, du schaffst du die Couples drauf. Ich hab' schon mal Scheiße mit. Ich hab' keine Backform mit, Pugni. Ich hab' jetzt nicht mehr Rotten Flush geschmessen. Ja, weisst du wie? Ich hab' gerade Ausberg aufschlafen. Die Iron-Rüstung herweckte. Warte. Okay. Du hast sie doch eben eventuell. Ja, aber letztens die Aufmerkung gesehen. Ja, das stimmt jetzt auch. Du hast Protektion. Ja, das braucht man. Ja, du hast schon gedacht, das Guck. Ich hab' gedacht. Ich hab' gedacht. Ja, ganz tragisch. Ja, ich hab' so ein Lavasee. Sehr, sehr wichtig. Ehrlich gesagt, bin ich gespannt, wie wir auskommen. Ey, das muss auf den. Ja. Das ist eigentlich Garnbar, oder? Ja. Jetzt braucht man mehr Sand, oder? Ja. Ey, wir sind draußen. Nein. Ach so, jetzt hat's unterhalb vorgehalten. Ich glaube, wir sind unterhalb vorgehalten, oder so. Ja, also. Wow, das ist cool. Wow, die war mir in Stuttgart auch. Ach so, nein, ist das ein Bär? Sag' ich ja. Wow, ich seh's wie genau nicht genau bohren ist. Ey, was für Worte ist das? Ey, ist das ein Dark Out? Das ist richtig gefühlt, glaube ich. Ich kann mir einfach eine Packung machen. Ja. Ah, man will meckern, natürlich. Ah, ein Kogger. Ja. Also, wo hast du gewöhnt? Ich muss ihn getroffen haben. Ey, das will ich jetzt haben. Ja. Guck, gehst du abbauen, oder gehst du suchen? Ja. Nice. Oh. Guck, ich hab's gebaut. Das heißt, der Axt, du wirst sogar erfüllen? Ja. Aber ich muss viel mehr weg haben. Ich hab's glaub' gleich draußen stehen. Ja, ist ja wurscht. Du darfst einfach nicht, was es aussieht. Aber du bist eh anderer. Nee, aber du bist eh gar nicht explodiert. Also noch, auf wann es wieder los ist. Sag' ich, in Fultz, Beyoncé, ist es Dark Oak. Oh. Das ist echt, echt. Du hast verheimnis. So viel. Ja. Ihr sollt's dann verzauern. Soll'n Schädelgei ausmachen. Ich meinst, dass du besser siehst, ja. Ich glaub schon, dass du siehst genug. Ja, da soll ich kein Zuber sein. Jetzt kann ich Lienchen. Oh, ein Kühl. Ja, wir haben eh nicht genug. Upsi. Du musst jetzt Feather Fallen auf die Schuhe. Ja, du bist nicht verrückt, so. Wir lassen sie mal von nichts ablenken, außer von Essen. Essen. Kühe. Also du hast zehn verschiedene Essenssorten. Ey, warum geht das nicht? Ja, ich brauche nichts zum Echtern. Sehr klar. Du hast jedes Bleuschen Arme im Hintergrund. Jetzt ist er. Sieh, alle die Viecher nerven, sollte er machen. Sieh, alles. Ja, wie leid. Halt jede 5 Sekunden Stempler. Ja, nur weil du und ich nichts wegschauen musst. Was ist der erste Opfer? Echt? Ja, alles. Ja, das ist irgendwas. Hühnchen und Feder brauchen. Hey, ich hab ja Feder neben dem da gekommen. Ja. Schau weg. Ich hab irgendeinen Back in mir. Nein. Ingegrieten bei uns vor kurzem Zeit. Echt, ich muss jetzt da, wenn die Rotten färschen. Ist das ganze Rotten färschen? Ja, schau. Ja, schau. Ja, schau. Was geht, Leute? Was ist die da? Was ist die da? Ja, lass die hinten. Ja, lass die hinten. Also du bist. Ja, wenn die, aber immer nur. Scheiße. Ja, schau. Ja, schau. Ja, Alter. So wegschmissen. Okay. Okay. Also fünf. Ich kochte Fleisch. Ja. Gut. Was ist mit dem Zombie-Fleisch? Jetzt ist es ja wegschau. Du hast schon eine Minute verschissen mit dem Zombie-Fleisch. Wie geht das denn? Weil das ist ein guter Tag, so. Ey, es ist echt unlucky, dass man immer... Ja, lass... Krass, ich fülle Ice-Ude drin. Und Level und Federn für... Pfeile. Du denkst nie an die Pfeile. Ja, ist das cool. Wir haben fünf Pfeile und drei Pfeile. Ja, sag ich. Reicht. Reicht sicher, ja. Ja. Ja, ich renne da mal den... Wuuuup. Was ist denn lang? Ja. Beziehungsweise, ich kenne dich ja eigentlich fast. Ein Boot. Da war eine Kuh. Eine Kuh war ich nicht. Ja, leh. Für Bücher. Gut. Ich glaube, da hinten habe ich mehr zu sehen. Was? Egal, oder? Egal, oder? Da hinten, oder? Das schaut so nach Zumpf aus. Mhm. Hey, aber das ist cool. Egal. Ja, für was brauche ich Kühe? Ja, für was brauche ich Kühe? Da muss ich wieder Ethan weghaben. Ich sag... Ich sag... Ich sag... Ja, aber klar. Kurfleisch. Jetzt sag mir, was ich weghaben kann. Ähm... Die Emeralds. Ich sag, wir je eine Tour drauf anfangen. Ich seh ja. Wo war ich auch noch einen? Mhm. Ja, dann halt nicht. Die sind versteckt. Ja, ich brauche... Ich fande jetzt eine Kühe. Ja, wenn sie gerade neben dir sind. So... Dann müssten wir ja gleich der Außen-Zuckerraum anfinden. In dem Zoom-Film da. Mach's wie letztens. Schalt'n Shader aus. Und jetzt sehen wir ein Unstack-Zuckerware. Na, heute schalt'n Shader nicht aus. Heute, wenn's nicht so Neoblig ist. Mhm. Aber ich glaub, da hat's schon. Jetzt kann den Zuckerware mitnehmen. So schaut's zumindest aus. Ja. Aber der kann halt das ganze Spiel auch abgefunden haben. Doch. Na, doch. Schau. Guck, wir haben schon mal einen guten Punkt. Da geht's aber. Wir haben schon 17. Ich weiß nicht, wie du deine Hand hast. Damit muss er irgendwie schon. Ich weiß nicht, der Wolltag folgt mir nicht ganz so gut zu machen. Weg und fahren mal die großen Bahnen, oder? Tropfen ist nix gut. Schau. Essen, Trinken und Alix sind nix gut. Mhm. Du durst als ob wir eine Kühe brauchen, Philipp. Ja. Es ist Zeitverschwendung. Du brauchst Leder. Du brauchst aber Leder. Du brauchst aber Leder für Bücher. Ja. Ich hab. Es ist Earth Leder. Ja. Du brauchst jetzt 20 Kilometer. Ja. Ich weiß nicht wie viel. Wir rechnen 20 Mal. Mal drei. So viel Zuckerer brauchen. Hier hast du dich. Ja. Ja. Das ist ja riesig. Das Bion doch. Ich geh jetzt einfach flat aufbauen. Du schnall. Wer macht das? Irgendwie muss ich da ein bisschen super mitkommen haben, oder? Ja. Ja. Jetzt schaut ich ja echt mehr schön aus. Dauert und dauert und lag. Guck ich wie es noch hat. Ich sehe noch der Bwitz. Alter ich hoffe ich stirbe nicht. Ey es geht nix weiter. Boah. Das war zum Glück aus der 4. Hier. Oh. Wo ist es? Hier oder links? Ja. Es ist ja nicht ganz so. Nein. Bist du Zucker hier? Ja aber. Ich glaube da überall kein Zuckerer ist. Ach hier hätte ich gar nicht. Ich hätte auch nicht das Laufen. Für PNT. Zuckerer. Ja. Muss man anmerken. Mhm. Ich sagst du da ein Fakli hergestellt? Irgendwie habe ich auch nicht hergestellt. Kann sein. Ja. Ja. So 3 ist Kamo schon. Alex wo bist denn du? Weil bei mir ist die Border. Ich hab die Border. Ja. Wie sind ich entlang der Border? Wie sind sie jetzt den Bauch entlang gegangen? Zum Sumpf hier oben. Und dann noch weiter gegangen. Den Bauch entlang. Ja. Ich kann dir die Calls auch gerne sagen. Wenn du willst. Außer du weißt wo ich ihn. Ja du hast auch ein Wart. Guck ich, wie viele F hast du? Ah. Ah. Dann komm mal zu mir, ok? Wieso? Ja weil wir da den Baum auf den Wart abfüllen. Da sieht ja gut aus. Ja ok. Ich bin da gerade in so einem guten Wart. Achso na dann passt. Ja passt schon. Ich hab schon 51. Da hinten sind noch mehr. Ja wie, wie habe ich so viel? Nein, dass ich zum Schluss zu wenig Leder doch hab. Ja du hast bis jetzt zu wenig Leder. Ja 14 mal 30. 30. 12. 42. Ja 30. Ja. Okay wie viele Leder hast denn du? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts? Gar nichts? Ja ok bis die Leder waren. Ja jetzt kannst du sonst Bücher machen oder? Ohja. Das heißt die brauchen wir ja leer. Zug war aus. Aus der Borde. Mhm. Jetzt habe ich Leder. 2. Ok das ist gut. Ja Leder werden wir schon noch und noch machen. So ein wegschmeißen Red Star. Hab ich das hier können also. Red Star. Außer wie wir im Fallen waren. Ich hab da noch mehr QX oder so. Ok. Nein ich werde jetzt wahrscheinlich. Ich soll noch mehr Zug war suchen. So lange werden wir nicht mehr haben. Die von der Folge her gesehen. Nein es reicht ja schon ein langes Mal. Ja 6 Zug war sollte reichen oder guck ich? 20 Bücher. 20 Bücher. Ich war eigentlich klein aber bleibt die gleich. Ich weiß ja gar nicht. Ich bin da irgendwo wo. Irgendwer Holz. Da sind Äpfel da an dem Holz gefarmt. Warte was soll weg kommen Philipp. Du hast doch von verschiedensten Fleischplatten. Ich hab gerade ein bisschen. Ich kenn das. Aber ich kann nur für den Holz einfach mal. Wo bist du denn eigentlich? Bei großen Bäumen oder erst mal? Nein bei Oakwood. Kleine. 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 Auch Stammelbäume. So haben wir Mühe oder? Nein der hat aber nicht viel abgebaut. Ich müsste langsam mal brutzeln gehen. Ja da war einer. Da wird nicht viel. Ähm. Zuckerer mehr sein. Wieso schwirgst du genau doch nicht? Ja weil ich. Keine Ahnung was ich mache. Ich kenn mich ja. Ja wenn es 2d fiskiert es nicht. Ja. 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 Gehst du zum gucken. Zum gucken. Ja. Das muss reichen. Jetzt fahren wir nur 5 Mal. Und da war einer. Verstehst du? Ja. Wenn da einer war dann wollen wir nicht so eine große Chance auf die Zucker war. Ja. Ja. Also du willst da halt verfahren. Nein. Guck ich wo bist denn du eigentlich? Ja ganz an der Bord also. Ein Bord rechts von mir ins Bord. Okay. Ja bist du. Und du brauchst einzelne Opfer und ja. Ja aber in welcher Richtung bist du gegangen dann? Sag ich Quartes oder? Ja. Ähm. Minus 980 und minus 23. Dann bist du schon. Uh das sind die Äpfel und 3 Äpfel. Ja gut. Jetzt lacht. Bin ich richtig? Ja minus 9000. Ja du gehst gar nicht mehr. Da ist der fischer Opfer. Ich hab's mir nicht mehr. Ja du gehst du zu. So möchte ich auch fallen. Guck ich seh du es um früher an. Ja ja. Ja es. Ich weiß nicht wo genau es ist. Ja das war nur so mit Lianen bei mir. Ja du hast ja das. Du müsstest eh fast. Ah da hinten. Ja wir haben dich gefahren. Guck ich geh wenn ich mal bei dir bin ja mal essen wollten. Weil ich hab keines mehr. Und ich hab jetzt auch ein Pult oder was. Oder das Ei. Haben wir noch Leder? Ja. Ja ich will. Gernas. Wo sind meine Äpfel? Guck. So das ganze Fleisch. 60 Sekunden. 60 Sekunden. 60 Sekunden. Links unten. Ist Fleisch. Ziemlich sogar. Oh du hast schon Fleisch. Ich gucke. So. Ist das ganze gut. Deine Schüttplatten. Ja. Ich gucke ich schau an es mir Leder geht. Ah was machen. Ja. Du brauchst dich blöd. Ich gucke jetzt zu 6 Leder. Ja. Ich werde jetzt nicht alles aufstellen und dann nicht abbauen. Ja. Ich will nochmal einmal kurz drinnen rein, dass ich einen Apfel kackeln muss. Ich bin schon ein Gold Apfel gucke. Da hinten noch Borda drinnen packt. Nice. Guck ich soll lieber die Sachen mitnehmen oder soll ich die laufen? Ah. Ich krieg den Apfel und dann hast du Borda. Noooo. Guck ich soll die Öfen da stehen lassen oder mitnehmen? Ja, lass ich stehen. Lass ich stehen. Nehmen sie gleich mal zum Schluss an. Ja stimmt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt den Daumen nach oben. Und vergesst nichts über Nieren falls ihr nichts von verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.